Hallo ihr lieben Schlümpfe und Schlumpfhinen. Es ist wieder Zeit zum Rumschlumpfen. Los geht's mit Schlumpfhines Traum. Hör mal die Schlumpfenprinzessin retten. Kapitel 1, Kissen in den Drogen. Oh, das ist ja genau das Richtige für mich. Vom Urlaub träumen. Oh oh. Ui. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, da sind Sporkkissen. Juhuuu. Hahaha. Hey. 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 Oh, das war eine gute Idee, wa? Hey. 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 Muss ich mal deinen hallo sagen. Was war das denn? Hey. hat der Block gemacht? immer schön ein hallo sagen das ist ja witzig war ich nicht schon da hoch zu springen oder? ja 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 oh verdammt ja ja der erste Pilz fünf Stück ja 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 Das war's für heute. das gefällt mir mit dem rumhüpfen und so das gefällt mir mit dem rumhüpfen Lecker Früchte. Oh, he's chewing now. Okay. Hey! Oh, Schmetterlinge. Oha. Läuft. Okay, das wird spannend. Okay. Toll. Oh, Mann. Ich glaube, da hänge ich ein bisschen an der Stelle jetzt. Aber es macht Spaß. Na, okay. Okay. Oh, Mann, wie schön. Was soll denn das? Ken Sie, was er getrunken heute? Okay, doch. Oh, Mann. Oh, Mann. Also irgendwas kann man hier machen, sonst hätte ich kein Ausrufezeichen. Okay, so nicht. Hmm. Hey! Okay. Tolle Wurst, Mann. Was mache ich heute Abend nur? Ich kriege die zwei einfach nicht. So, wieso fahre ich da jetzt runter? Oh, Mann. Oh, endlich. Das wird auch noch mal spannend. Das war knapp. So komme ich also da rüber. Sehr schön. Hey! 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 Ich mag dieses Spiel. Und ich mag es rum zu schlumpfen. Hey! Okay. Nicht so schön. Uh, da hinten. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Da lang, sagst du? Aber lieb von dir. Oh. Darauf war ich jetzt nicht gefasst. Das ist bestimmt auch wieder so ein Ding. Hm. Nicht bei allen. Hm. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh my. Oh man. Ok. Oh man. Cool, das war Pilz Nummer 4. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das große Kissen verschwindet, oh man. Mann! Keine wichtige Koordination da. Aber das Hübsen macht richtig fun. Ich habe mich auch gemacht. Hm. So geht das. Ah! So geht das. 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 Was eine Hüpferei. Boah, die Hübsen waren echt fies. So geht das. So geht das. Hmm. Hmm. Ich hier darfst du kein einziges Mal vorbeispringen. also geht das. So geht das, was wir wohl nicht? Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Ich hätte jetzt noch einen Knapp... Oh, wow. Mann. Ja, so wenig Zeit, weil man losgesprungen ist. Okay, das war schon mal weiter wie eben. Brrrr! Dann habe ich ja eigentlich alles gefunden. Hey, Juppie! Tolle Wurst! Juppie! 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 wie Oh Okay, wie ich den dann aus der Mitte kriege? Okay. Da weiß ich noch nicht, wie ich an den rankommen soll, da das grüne Ding. Aber alles Wichtige, oder? Auch die Beere am Schluss übersehen. Das geht nur weit. Ich denke, ich habe schon alle Pilze. Ja. Hey! Okay, so leid dann. Okay. Ja. Juhu, juhu. Juhu. Juhu, juhu. Juhu, juhu. 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 Juhu.